Es ist ganz schön verliebt, aber es wird gleich wieder regnen. Wir haben hier noch das Schnee mit dem Fnau noch. Aber aufgrund des schlechten Regen nach Regen, nach dem Wetter ist. In Regen sehe ich schon an der Grunde, die ich habe. Abgrund des Regen, dieses Regen ist hier. Da kann man sich da rein. Das sieht aber auch nicht mehr so gut hier. Deswegen muss ich hier wieder nach Hause und dann kann man wieder weiter. Weil es halt einfach so ein bisschen schleck ist, wenn man es nicht mehr geht. Weil es hier in der Brille schon nichts mehr ist, weil es hier so einfach so arg nieselt und regnet und aufschlösen und klappiert wieder. Eigentlich ist es halt nur noch ... Aufgrund des Klaxi kann ich es hier nicht verschneiden. Aber es regelt halt noch ziemlich unten. Also ziemlich schön, dass ich mir wieder schmue. Also aufgrund des Liederschlags ist noch nichts mehr. Ja. Die muss ich dann nicht verschieben, dass sich etwas wieder höchst aufbrechen. Die muss ich dann nochmal nachher noch hochladen. Wenn wir in die Folge schon an, ist es heute Feierabend wieder. Weil aufgrund des sehr schlechten Sicht hier kann ich keine Videos mehr hochstellen. Und auch daran arbeiten, weil es jetzt einfach nieselt und auch wieder nass ist. Aufgrund des schlechten Bedacht kann ich hier nichts mehr machen heute. Ich hoffe, es hat aus Rottung gefallen. Aufgrund der Aufwelt ziehe ich eventuell nicht kurz an. Ja, das ist natürlich hier. Und auch hier. Ne. Wenn wir halt da nicht so viel machen. Nicht so dafür, weil es sehr dunkel hier unten ist, weil ich nicht mehr so viel runtergelaufen. Ja. Ja. Und weil ich halt schon ein bisschen nass geworden bin hier und das Schneefall ist. Da war es hier einfach nur arg, sehr viel arg Piesel. Ja. Und ja. Das war es auch wieder mit dem zweiten Video. Bis bald eigentlich was. Tschüss.